Rund 200 Schüsse wurden von Nordkorea nahe der Insel Yangpyeong abgegeben, sagte ein Vertreter des südkoreanischen Verteidigungsministeriums bei einer Pressekonferenz. Vertreter der Insel, die nur rund zehn Kilometer vor Nordkorea liegt, sagten, die Bewohner seien aufgefordert worden, sich in Sicherheit zu bringen. Die Insel vor der Westküste war 2010 Ziel eines Angriffs der nordkoreanischen Artillerie gewesen. Vier Menschen wurden damals getötet. Es handele sich um eine präventive Maßnahme. Nordkoreanische Staatsmedien hatten zuvor gemeldet, Machthaber Kim Jong-un habe bei einem Fabrikbesuch zu einer Ausweitung der Produktion von Raketenwerfern aufgerufen, in Vorbereitung einer militärischen Machtprobe mit Südkorea und den USA. Kurz zuvor hatte die US-Regierung mitgeteilt, Nordkorea habe kürzlich ballistische Raketen und Raketenwerfer an Russland geliefert, von denen einige bei den jüngsten Angriffen auf die Ukraine eingesetzt worden seien. Der Sprecher des Nationalen Sicherheitsrats im Weißen Haus, John Kirby, sagte am Donnerstag, einige der Raketen und Raketenwerfer seien bei Angriffen am 30. Dezember und 2. Jänner eingesetzt worden. Kirby nannte dies eine bedeutsame und besorgniserregende Eskalation im Ukraine-Konflikt. Zudem stellten sie eine Verletzung der gegen das ostasiatische landverhängten UN-Sanktionen dar.